Joho was geht liebe Leute und Willkommen zu dem Video. Nur ganz kurz ein kleines Infovideo, für alle damit ihr besitzt. Heute am Montag den 11. seiten 2019 streame ich ab 20.30 Uhr ausließlich auf Twitch. Heute als Ausnahme, weil ich jetzt wieder anfange ab jetzt parallel auf YouTube und Twitch Live zu streamen, da ich sozusagen mein Comeback auf Twitch habe. Streaming ist heute ab 20 Uhr für mein kleines Comeback, ab 20.30 Uhr eben exklusiv heute auf Twitch, zwei Stunden lang, Soccer Games with Community und hab einfach Spaß. Und genau, einfach ab 20.30 Uhr auf meinen Twitch-Händel, Gameworkhouse.rp. Erster Link in der Videobeschreibung und in den Kommentaren. Klickt euch dann da rein. Kommt gerne auch auf Discord, vor allem für alle, die keinen Twitch-Konto haben und trotzdem irgendwie aus dem Team dabei sein wollen. Einfach auf Discord kommen. Ansonsten gilt, wenn ihr was ins Herz schreiben wollt, braucht ihr halt ein Twitch-Konto, ist ja klar. Ist aber nur dieser Stream hier. Ab morgen, ab Dienstag wieder ganz regulär auf YouTube, reguläre Seiten, reguläre Streams, wie gewohnt. Nur eben ab morgen dann zusätzlich für YouTube eben auch noch auf Twitch. Heute, wie gesagt, als Comeback exklusiv auf Twitch, das ist Livestream. 20.30 Uhr geht's los. Ich würde mich freuen, wenn ihr alle dabei seid. Wir sehen uns später auf Twitch. Macht's gut, bis dahin. Und ciao!